Was geht Leute, mein Name ist Lote DENY P-P-P-B-NIC Willkommen back zu einem neuem Versuch die Nuklear zu bekommen Ich habe gestern den ganzen Tag Black Ops 2 gespielt, den kompletten Tag habe ich lang gesessen Und mir etwas als Ziel vorgenommen und zwar die Nuklear zu bekommen Und ich will kurz davor sagen, ich lade natürlich nicht alles hoch, ich lade nur die spannendsten Gameplays hoch Und ich hoffe euch gefällt die Serie noch, es war sehr, sehr spannend Und gestern hat es auch mega, mega Spaß gemacht den ganzen Tag zu zocken und ein ziel zu haben das hatte ich seit zwei jahren nicht mehr dass ich den kompletten tag durchgezockt habe und es hat mega spaß gemacht wenn man sich in diesem spiel ein ziel nimmt also vor allem die irgendwie so langsam den spaß in die idee verlieren oder sowas nehmt euch ein ziel sucht euch ein ziel und dann habt ihr wieder den größten spaß des lebens aber ihr braucht ein ziel ich hoffe euch gefällt die ganze serie immer noch wenn das der fall ist lasst ein like da und viel spaß mit dem video so wir sind back auf standoff lasst uns loslegen und spaß am baby das will ich habe heute die kawaii tanne mit mir ich habe die map anfang so laden muss ich habe ich habe überlegt ob ich kugel sich ihre weste mitnehmen soll aber ich habe ich dann dagegen entschieden ich habe mich dann dagegen entschieden weil okay es legt das gefühl ein bisschen irgendwie so ein bisschen lekt ja also da kommt doch einer hundertprozentig naja kommt hier lang so zum einen vielen dank für den kill das weiß ich sehr zu schätzen wo ist der andere diese gegner sind besser und sehr sehr am triaden aber das ist leider oft in herrschaft so nein mein team nimmt die flagge ein perfekt was wollen die gegner was wollen die gegner teammates nicht zu nein okay die am c ist es besser ist schlechter das ist definitiv schlechter c ist nicht so gut das war sehr knapp das war man hat vergeben wenn ich dir das sage baby ich weiß dass jemand ist ich gehe weg weg hier war einer ops oh mein gott nein ich hätte 4 werfen müssen ist übrigens bei dem mein erstes spiel des tages aber das erste spiel des tages läuft auch manchmal gut also so ist es nicht deswegen ja und falls ihr den letzten part nicht gesehen habt da ist tot okay ich lade kein gameplay hoch wo ich keine orbitale hatte weil ich eine mindestens spannung haben will weil sonst wäre das ja ganz normales live commentary und da bräuchte ich es auch gar nicht so benennen so wo sind die gegner so ein bisschen hier reingegangen hallo danke für den kill ich weiß nicht ich fühle mich immer mit hardline ganz gut muss ich ganz ehrlich sagen na los zeigt euch wo sind die gegner wo spawnen die da hinten ja höchstwahrscheinlich dann haben wir dann haben wir wir verlieren auf die beine fuck okay ich hab die drohne keine ahnung wie haben sie irgendwie bekommen die spawnen rechts glaube ich ja die spawnen genau hier das wusste ich na ich konnte ohne die wir verwirren die gegner ein bisschen ich weiß wo die spawnen bei der tankstelle momentan Nice vielen dank vielen dank für die kills baby es dauert nicht mehr lange bis wir den hobby haben die kommen auf jeden fall hier lang sehr intensiv meine freunde sehr intensiv ich weiß dass sie hier lang kommen sehe sie sehe sie nicht hier kann keiner lang kommen ich komme schon ich will sterben wenn ich dann lange nicht sterbe ich aber ich will auch nicht ich habe es an einer stelle zu warten oh mein gott ohne hilft mir das wirklich alleine wollte ich nicht okay 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 ich muss es riskieren ich weiß wo er ist weiß wo er ist ich renne zu ihm er rennt die ganze hin und her ich wusste es der eine nimmt die flagge ein die spawner da hinten ich brauche mein obi ich brauche mein obi das ist intensiv nice ach du scheiße achte auf die karte auf die karte wo die gegner sind fuck okay ich werde einen umweg machen auch wenn es zeit kostet das ding wenn man obi hat ist problem das problem ist dass wenn man so einen umweg macht dass die gegner da ist die spawn dort eigentlich perfekt für mich nice 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 sehr wundersinn sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich also vom score her ist es nicht gut oder so aber so viele sniper vor allem wie wir hier haben pack sehr lieber um dein leben baby oh shit ohne ohne wir haben wieder ohne ich weiß nicht wo die sind ich weiß wirklich nicht wo die gegner sind ich darf nicht sterben ich darf nicht sterben ich will nicht voll ah was du Ende nice die runde muss enden nur 14 2 das ist ultra schlecht aber ich werde nicht aufgeben ich werde trotzdem weitermachen weil ja ich bin sehr gezwungen ich habe keine killstreaks ich muss alle kills mit der waffe machen ich weiß zwar nicht wie meine also ich habe bestimmt erstmal nur eine 10er aber das ist schon mal ein guter anfang vor allem das ding ist die gegner lieben sehr okay okay das problem ist zu gute gegner zu gute teammates zu haben ist auch nicht genau das schlauste na gut ich mache einfach so weiter deswegen habe ich niemand gesehen ah jetzt x diffusions online nice obi sehr sehr gut baby obi ist immer gut baby aber der ist jetzt sind wieder ja wieder eine volle lobby verbündete hunter killer drohne eingesetzt das war fucking knapp ich habe keine ahnung wo die sind aber ich weiß wo die sind immer schon auf die A-Karte achten was ich will die kills haben man bitte wir verlieren A wir verlieren A gimme die kills baby oh mein Gott oh nein falsch oh mein Gott wo sind die gegner ich habe keine ahnung charlie okay ich weiß wo ich habe keine ahnung was ich gerade tue ich weiß gar nicht wie ich noch am leben bin obwohl es ganz ehrlich ich denke nicht dass es irgendwie ein so gutes gameplay wird natürlich kommen die hier rein was noch sonst ja cool sichere weste wäre gar nicht so dumm wenn ich so überlege gegen die ganzen nice obi vielen dank ich meine das sieht gar nicht so schlecht aus aber jetzt auch nicht so ultra mega gut dass ich sage ja das wird hundertprozentig eine nuklear oder so so mit der 20er streak das wäre schon ein guter anfang was nice vielen dank habe ich ein C4 ich gehe nach hoch ich gehe nach oben ok jetzt spring drunter nice Drohne 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 keine ahnung wie ich die Drohne bekommen habe aber die wird mir helfen so ein bisschen ein Überblick hinter mir da war ich noch da wusste ich gar nicht aber das wird ein Triple Kill Konter Drohne Konter Drohne Konter Drohne aktiviere sie das ist intensives Game ich weiß nicht oh ich weiß wo ist da oben oh mein Gott wisst ihr was fuck it alter ich warte hier ist mir scheißegal was die Leute von mir denken nein 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 ich glaube nicht dass ich es schaffe ich kriege zu wenig Kills leider das heißt ich muss mehr rein oh nice ich habe ein Kill bekommen ein Lucky Badass Kill so nenne ich diese Kills ich habe so Herzklopfen aber mir gefällt's baby mir gefällt's so nice vielen Dank ich lebe die ganze Zeit ich weiß nicht wie wie wird gesichert eigentlich lebe ich schon sehr lange wenn man so bedenkt nur wo spawnen die hier Drohne nähert sich haaa ich habe sehr sehr stark Herzklopfen neiiiiiiiin bravo wird gesichert bravo wird gesichert b wird gesichert bravo gesichert oh mein Gott ich meine es war gar nicht so aber wenn ihr euch mal überlegt es war gar nicht so schlecht also was für ne Streak war das 19er das wäre schon vollkommen in Ordnung aber ich habe so Herzklopfen und dann so zu sterben ist natürlich kacke deswegen äh ja Spawnstrap intensiv baby ich werde das Spiel noch zu Ende machen drohne steht bereit verbündete Vorräte unterwegs wo sind die keine Ahnung also jetzt wird sowieso nichts mehr weil ja die Punktzahl ist echt hoch ich hatte so Herzklopfen extrem intensiv alter außerdem haben wir alle drei Flaggen die Gegner sind so dumm welches Level bin ich eigentlich 45 ja ja es gibt auch wenig Gegner wahrscheinlich ja die lieben alle natürlich aber ganz ehrlich kann ich auch verstehen also wenn man so zerstört würde würde ich auch lieben schade schade echt schade war ein gutes game aber also ich meine der score 29.3 ist jetzt nichts Atembesorbenes aber das game war es auf jeden Fall wert hochzuladen weil ich so intensiv war aaaaah wenn meine teammates ein bisschen schlechter gewesen wären vielleicht vielleicht da hatte ich mehr Kills bekommen und zum Beispiel wir haben hier auch Splitscreener denn das bedeutet immer Splitscreener sind sehr sehr einfach zu töten weil die schlecht sind Splitscreener sind meistens ich meine 1 zu 47 Splitscreener sind die schlechtesten ever und dieser behinderte Sniper sowas finde ich dämlich kommt schon sein wir mal ehrlich aber na gut keine Grund um sich aufzulegen nächstes game los geht's baby auf Aplink oh yeah Aplink eine richtig geile Map auf jeden Fall möglich hier auch wenn es so einfach sein wird aber mal sehen teammates hallo was soll das ja ich hab schon behinderte Teammates alter wer die nur wüssten was ich A hat die geht zu B deswegen aber übrigens ich werde Autohaim einschalten müssen äh das ist nicht weil ich ein absoluter Null Noob bin sondern weil ich mein Leben lang schon mit Autohaim spiele ohne dass ich wusste und wenn ich jetzt ohne Autohaim spiele dann äh ist es komisch also es ist wirklich sehr komisch weil ich nicht dran gewöhnt bin weil ich zocke schon 4-5 Jahre mit wenn ihr versteht und es hat sehr sehr viele Nachteile Autohaim und das ganze ich muss hier weg wir verlieren bravo ich weiß dass sie dort ist nice nice die Mates die Mates Huren ich wollte schon das Wort sagen das wäre aber nicht so schön gewesen denke ich ja ich weiß nicht ohne Autohaim aber ja ich hab halt ohne gespielt und ich muss sagen es ist nicht allzu ey wir haben Blünde da oh oh nice das heißt ich hab wieder wieder zu 4 nice 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 die haben B oh mein Gott wo spawnen die wenn die B haben nice oh wie vielen Dank nice 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 oh Baby lass uns loslegen oh yeah oh das fühlt sich so gut an so macht das Spiel Spaß Baby so will ich das sehen ja nicht denn hier lernen das lernen aus den Fehlern ich stecke aus Leute ich stecke aus Baby oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Teammates komm schon gib mir den Orbi ich weiß wie könnt ihr bekommen Teammates bitte ich brauche Hilfe ha ich weiß nicht was ich tun soll Leute wenn ich wüsste wo die spawnen wäre es was anderes aber ich weiß es leider nicht nicht die spawnen ist auch da hinten Teammates wenn wir das ah fuck das ist ja zu viel für mich leider sorry sorry so sehr aber es ist ja zu viel für mich ich kann nicht ich kann das nicht handeln ist ein sehr sehr hoher Druck der auf mir lastet ich muss hier lang sein hätte ich noch ein Ohr wieder wäre ich der glücklichste Mensch der Welt wie habe ich ihn nicht bekommen der C wird gesichert wir werden beherrscht die haben alle Flaggen oh ich leine hier lang der B wird gesichert wo sind die ich weiß nicht wo die sind ich habe gleich mein Orbi oh mein Gott ich spawn dort ach du scheiße B wird gesichert gib mir mein Orbi Baby ich will mein Orbi haben C wird gesichert ich weiß nicht wieso ich das tue neiiiin fuck Teamates nehmt irgendeine scheiß Flagge ein ihr Missgeburten Mann bin ich angepisst was für kleine Bastarde ich kann es nicht beschreiben Bastard teammates mit 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 aber extrem Mann Mann Gott das das pisst mich so an alter immer wenn es so richtig gut aussieht muss irgendeiner mir alles kaputt machen meine teammates lieben sogar meine teammates sind so schlecht entweder sie sind richtig gut oder richtig schlecht ich muss weinen ey das war sogar gar nicht so schlecht das war sogar ganz gut nur ich konnte es nicht mehr hinbekommen meine teammates haben ich weiß nicht wie ich es hinbekommen soll die helfen mir nicht mal ich bin alleine die sind so guck mal die Scores an jeder ist negativ ich bin der einzige der hier die Flagge einnimmt ihr Missgeburten ich hasse meine teammates dabei will ich gar nicht auslassen aber bei sowas wenn ich so B wird gesichert naja versuche ich mir scheißegal ich werde einfach mal nicht aufgeben aber komm schon ich musste das Risiko eingehen ich musste es nicht aber ihr wisst was ich meine ihr wisst ganz genau was ich meine der ist tot nice naja ok da habe ich nicht gesehen keine ahnung wo der war ja ihr seht es liegt jetzt an meinen teammates wirklich also alleine kann man auch keine nuklear bekommen da braucht man schon ein bisschen Glück vor allem ich ja da jetzt hoch zu gehen wäre dumm ich meine die Gegner sind ja nicht mal besser ich überlege mir auch mal die MapX zu installieren aber ich mag die neuen Maps deswegen ich denke ich werde es lassen oh mein Gott ja das Problem ist auch die Camp da oben sehr schön stark ja der Typ ist bisher ist es so ein Amokläufer der aus dem Typen wird ein Amokläufer vier oder später es war aber gut es war wirklich nicht schlecht schade schade das war so intensiv ob es jetzt noch was wird ich weiß ja nicht ich denke ja weniger ich sag ja immer ich will ja nie aufgeben und das ganze aber ach so das war die Stelle an der ich nicht mehr weiter wusste wo meine teammates geliebt sind und nicht mehr weiter gemacht haben so alleine kann ich es auch nicht schaffen also ich brauche schon Teammates die wenigstens da sind ich brauche schon Teammates wo ich wenigstens was vermerke deswegen fuck ja der hat eine Strohflinte gehabt keine Ahnung wieso ich ihn nicht getroffen habe ich war zu dumm oder so kann ja auch mal sein kann ja mal passieren dass man zu dumm ist oder so hey da war einer oh mein Gott ja jetzt jetzt wisst ihr jetzt habe ich die Motivation verloren weil ja jetzt ist irgendwie alles kacke wieso versucht der Typ zu sponge rappen ist das dein Ernst geh dir mal andere Hobbys suchen und versuch nicht zu sponge rappen ich krieg auch gar keine Luft mehr ich bin so erschöpft gerade Achtung feindliche Drohnen nähert sich feindliche Drohnen nähert sich feindliche Drohnen nähert sich ich bin im Missgeburt und ich habe das Ding ist der Typ sitzt da den ganzen Tag der macht hier nicht mal was anderes wenn er mal was anderes machen würde er ja ok oh wow schlupflenden Typen da sind zu haben ist auch nicht gerade das Beste schade wieder nicht geklappt dritte Folge immer noch nicht aber ich kann euch versprechen ich habe die Motivation nicht verloren ich bin immer noch dabei ihr müsst es verstehen ein bisschen wegen meinen Teammates aber das war ein spannendes Spiel deswegen werde ich es hochladen es war ein wirklich spannendes Spiel und ich habe ich überhaupt ich gehe kurz mal in die Lobby übrigens die Killcam war ultra hässlich da hätte ich ja sogar mit meinem Penis eine bessere bekommen ich guck mal kurz ob ich die Medaille bekommen habe für 20 Kills hintereinander weil wenn ja dann würde es mich sogar noch mehr aufregen muss ich ganz ehrlich sagen ich habe keine Luft mehr mal sehen bin ich gespannt ok 15 Feinde eliminiert und nicht zu sterben ich denke noch ein paar Kills mehr da hatte ich die nächste Medaille bekommen für 20 Kills gemacht und zu sterben und ja schade sehr sehr schade muss ich sagen aber ich werde das Video folgt das mir stehen lassen vielen Dank für's deine Schauen wenn es sich gefallen hat dann zeigt wie ihr seid und liked dieses Video schau auf meinem Kanal wobei mehr Videos sehen die ich produziert habe und abonniere jetzt um unser Video beistet und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen dann sag ich immer nur noch 3, 2, 1 Schauspiel Leute mein Name ist Willkommen back zu einem neutem Road to Nuklear Video wo wir versuchen wer einem alten guten